Gisela, halte besser Sicherheitsabstand. Anderthalb Meter, besser vielleicht sogar zwei. Ach Karl-Heinz, wir beide müssen doch keinen Sicherheitsabstand halten. Warum denn nicht? Wir können alles zusammen machen und wir können überall zusammen hingehen. Schließlich sind wir ja verheiratet. Nee Gisela, jetzt ist schon mal Corona und man hat wieder nichts davon. Frau Merkel, da müssen Sie mal was unternehmen, die Ehemänner besser vor ihren Frauen schützen.